Efferer Martin Garces auch Martinus Garcesius Martin Garces war vom 8. Mai 1595 bis zu seinem Tod der 53. Großmeister des Maltese-Ordens. Vor der Wahl war er Ordensritter innerhalb der Zungen von Aragon und dort ab 1577 Kastellan von Imposta. Am 8. Mai 1595 wurde er zum Nachfolger des gestorbenen Großmeisters Hugus Lubend de Ferdale gewählt. Zum Zeitpunkt seiner Wahl war er bereits 70 Jahre alt. Er galt als mild und unparteiisch und so gelang es ihm die unter seinem Vorgänger eskalierten jahrelangen Streitigkeiten innerhalb des Ordens sowie gegenüber dem Heiligen Stuhl, der Inquisition und dem Haus Habsburg friedlich zu beenden. Er führte einige Reformen durch, so erlaubte er, dass die deutsche Zungen des Ordens junge Schweizer aus angesehen, aber nicht adeligen Familien als Ordensritter aufnahmen. Anstatt der Adelsprobe wurde ihnen nur die Anforderung gestellt, dass sie ehrlich gezeugt und katholisch erzogen waren, sowie dass ihre Väter Offiziers Stellen im Kriegsdienst bekleidet hatten. Als 1597 die Türken nach Ungarn einfielen, änderte er die Ordensregeln insoweit, dass den Ordensrittern aus den kommenden des europäischen Festlandes nun erlaubt wurde, den obligatorischen Kriegsdienst auf Malta und in der Ordensflotte stattdessen in Ungarn im Kampf gegen die Türken abzuleisten. Die Kaperfahrten der Ordensflotte schränkte er hingegen ein. Er ließ die Befestigungsanlagen auf Malta und Gozo erheblich ausbauen. Den von ihm angewiesenen und bezahlten Bau des Garzesturms auf Gozo erlebte er nicht mehr.